Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach anders führen und denken. Der Jessica Lackner Podcast, der mit dir gemeinsam den Leadership Markt revolutionieren möchte für einen völlig neuen Spirit in Business. Und um diesen Spirit darf es heute gehen in der Folge Pimp Your Stellenanzeige. Das war ein LinkedIn Live, was ich gegeben habe und YouTube Live. Vielleicht hast du es schon gesehen, es ist heute jetzt nochmal ein bisschen zusammengeschnitten für dich in dem Podcast, weil es so wertvoll ist, dass du einfach mal anders denkst, um die Ecke denkst und vor allem, wie du Stellenanzeigen auf gar keinen Fall machen solltest und was du anstelle dessen machen kannst, um out of the box zu denken. Und ich habe ein bisschen erzählt am Anfang hier von meinem roten Hut zum Beispiel. Ich habe hier übrigens einen neuen gerade entdeckt. Ja, ich feiere gerade meinen roten Hut total. Warum und was hat es mit diesem roten Hut auf sich? Dazu gibt es gar keine besondere Story. Ich mag es einfach gerade gerne. Ich mag gerade rot und ich hatte mich entschieden, dass ich meine Brandfarbe als rot nehme. Und seitdem sehe ich halt überall rote Sachen, wo ich mir immer denke, boah, voll cool, das passt zu mir und ich liebe einfach Hüte. Ich hatte ja gesagt, im Podcast trage ich einfach gerne diesen Hut, aber mittlerweile auch so mal privat. Und das ist einfach so die Geschichte, weil ich es mag. Und wenn du begeistert bist von etwas, gerne trägst, Spaß hast, dann do it. Mach es einfach. Auch in deiner Firma, wenn du Lust drauf hast, so wie wir damals in der Schützenwürttel mit den großen bunten Brillen, wo uns auch alle erstmal komisch angeschaut haben, weil es manchmal aussah wie auf dem Kindergeburtstag. Aber es hat funktioniert, weil die Leute mögen anders. Die Leute mögen es, wenn es nicht immer gleich ist, wie bei allen anderen. Und etwas, was halt zu dir auch passt, was du lebst, wenn du das total doof findest, nicht lebst, dann solltest du es nicht tun, weil dann kommt es komisch rüber. Aber wenn du irgendwas hast, wo du privat sagst, boah, das liebe ich voll und du hast da Lust drauf, dann mach es einfach, auch wenn die Stimme in deinem Kopf dir was anderes erzählen will. So, und in diesem Podcast heute, wie gesagt, geht es um Stellenanzeigen, wie es nicht funktioniert und was du tun kannst, ja, hör es auf jeden Fall bis zum Schluss, denn da stelle ich dir auch nochmal die Q&A-Session vor, die es gibt, findest du alles in den Shownotes. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zusammen zu Pimp Your Stellenanzeige. Ein ganz spontanes Event, was mir neulich so eingefallen ist. Und ich warte jetzt nochmal ganz kurz, bis hier ein paar Menschen reinkommen. Und ich würde mich von Herzen freuen, wenn ihr einfach mal in die Kommentare schreibt, von wo aus ihr gerade zuschaut, damit ich mal weiß, wer hier so da ist. Schreibt einfach mal Hallo aus Salzburg zum Beispiel. Ich sitze nämlich gerade in Salzburg und wohne auch in Salzburg tatsächlich. Also ich würde mich mega freuen, wenn hier mal ein paar kommentieren, damit ich weiß, dass ihr mich auch gut hören könnt und gut versteht, jetzt bevor ich hier gleich drauf eingehe, was ihr auf gar keinen Fall machen solltet in euren Stellenanzeigen und was ihr anders machen könnt. Und ich möchte euch heute einladen, einfach mal ein bisschen um die Ecke zu denken, einfach mal anders zu sein, anders zu sein wie alle anderen. Weil diese Stellenanzeigen, die ich hier euch gleich zeige, sind Stellenanzeigen von Firmen und Menschen, wo ich weiß, dass sie gerade jammern und meckern und der Überzeugung sind, dass es einfach keine Mitarbeiter gibt und schon gar nicht die richtigen. Und ich möchte gerne dich vom Gegenteil überzeugen, dass es auch anders geht, wenn du es anders machst. Und aktuell sind hier noch keine Kommentare reingekommen. Also ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht, ob mich hier jemand sieht und gut hören kann. Ich rede hier trotzdem einfach drauf los. Falls du mich hörst und falls du mich siehst, kommentiere bitte gerne, damit ich mit dir und euch in die Interaktion gehen kann. Wenn nicht, ist es überhaupt nicht schlimm. Da schreibt die Bianca schon Hallo aus Weiz. Mega. Ich freue mich, Bianca. Du kannst mich hoffentlich gut hören. Gib mal einen Daumen hoch kurz. Dann weiß ich zumindest schon mal, dass die Technik hier funktioniert. Bianca schreibt auch gerade zweifache Jessica Power hier auf LinkedIn, hier im Live und gerade einen neuen Newsletter im Feed gesehen. Ja, genau. Und hat gleich auf Abonnieren geklickt. Genau. Und da möchte ich dich gleich hier mal mit reinholen in diese Info. Ich habe hier eine mini, mini PowerPoint heute vorbereitet und ich steige auch sofort ein ins Thema. Aber es passt gerade so cool, dass Bianca sagt, sie hat meinen Newsletter, New Spirit Letter abonniert, den Machtkräfte New Spirit Letter. Und den solltest du, wenn du das hier schaust, heute auch unbedingt abonnieren, denn da packe ich dir immer ganz viele wertvolle Tipps rein, was du sofort umsetzen kannst. Und ich werde auch in den Newsletter für nächste Woche eine Zusammenfassung nochmal für dich die wichtigsten Giveaways mit reinschreiben, damit du überall abgeholt bist und auch nochmal so eine kleine, liebevolle To-Do-Liste für dich hast. Das heißt, meinen Podcast, meinen Podcast auch gerne abonnieren, aber heute ist es der Newsletter, von Herzen gerne abonnieren. Da geht es nämlich darum, dass wir in meiner Welt, falls du mich schon länger verfolgst, einen Machtkräftemangel haben, statt einem Fachkräftemangel. Denn ich persönlich finde, wir brauchen mehr Führungskräfte, mehr Menschen, die tatkräftig in die Umsetzung gehen und Dinge einfach mal anders machen wie alle anderen. Und auch die Frage, brennst du, kann man ja zweideutig sehen. Nämlich zum einen, brennst du, weil du Feuer und Flamme bist, voller Power bist, Menschen mitreißen magst. Oder bist du die Person, die ausgebrannt ist, die eigentlich gar keine Lust mehr hat, die total genervt ist. Du hast keinen Bock mehr, Stellenanzeigen zu schalten, weil du das Gefühl hast, es bewirbt sich ja sowieso niemand. Und du hast auch keine Lust mehr, mit den Menschen in Interaktion zu gehen, weil du das Gefühl vielleicht auch hast, dass sich immer die Falschen bewerben. Und dein Team, der Rattenschwanz geht ja dann weiter. Dein Team, was du vielleicht noch hast, ist total genervt, weil sie immer wieder, wenn mal welche kommen, einarbeiten müssen, die dann aber nicht bleiben, weil einfach der Spirit, der vielleicht, und das ist hier nur eine Hypothese, Ja, ich weiß, es gibt viele Branchen, da funktioniert es auch super. Aber ich mache heute dieses Live, weil ich weiß, dass einige echte Probleme haben, Menschen, Mitarbeiter zu finden. Und ich zeige euch hier auch gleich Stellenanzeigen, wo ich mir echt meine Haare sich aufstellen, weil ich denke, es gibt es doch gar nicht, dass es solche Stellenanzeigen überhaupt noch gibt. Und jedenfalls wollte ich nochmal kurz sagen, heute in dem Newsletter geht es nämlich auch um dieses Thema, Machtkräftemangel, brennst du voller Power mit einer großen Flamme oder bist du so ein Teelicht, was durch die Organisation läuft, was überhaupt nicht mehr auffällt, weil du einfach dich in deinem Schneckenhaus verkriechst und deine Kraft, die du irgendwie noch hast, zusammen nimmst, um deine Menschen, die noch an deiner Seite sind, zu motivieren und deine Arbeit bestmöglichst zu machen. Dann bist du schon natürlich in diesem Leidensdruck und dieser Leidensdruck ist gefährlich, wenn du Stellenanzeigen schaltest, wenn du auf der Suche nach Mitarbeitern bist, wenn du postest, wenn du dich vor der Kamera zeigst, ist dieser Zustand, diese Energie gefährlich. Was du dagegen tun kannst, findest du in dem Newsletter. Jetzt geht es um die Stellenanzeigen. Wenn ihr noch ein paar mehr dazugekommen seid, Basel hört zu und sieht dich. Sehr cool, mega aus Basel. Ich habe auch ein Beispiel hier für die Q&A-Session, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, aber es passt gerade, weil für die, die jetzt hier zuschauen und zuhören, schreibt alles mal so mit, was euch so hochkommt, wo ihr merkt, aha oder ja genau, finde ich auch, dazu habe ich Fragen. Schreibt diese Fragen alle auf oder auch hier gerne in den Chat, aber es gibt nächste Woche Mittwoch, 29.11. ein Q&A-Talk und da werde ich nämlich aus Basel nochmal so ein paar Sachen teilen, wie man auf keinen Fall Bewerbungsgespräche führt, Antworten schreibt und da gehe ich auch auf alle Fragen ein, die du noch hast. So, und jetzt geht es wirklich los. Stellt mir gerne Fragen, schreibt mir gerne hier rein, von wo ihr aus zuschaut. Ich freue mich von Herzen. So, die erste Stellenanzeige. Ich finde es echt spannend. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber seitdem ich das Thema hier gerade so viel erwähne, schreiben mir ganz viele Menschen, schicken mir einige aus meiner Community mir Stellenanzeigen. Pass auf. Die erste, ja. Eine aus meiner Community ist neulich spazieren gegangen, sieht dieses Plakat. Man kann es jetzt nicht ganz so gut lesen, ja, ich weiß, aber da stehen halt so schlaue Sachen drauf, was man, welche Erwartungen es gibt. Wir suchen männlich, weiblich, divers. Welche Qualifikation vielleicht, ja. Und dann bewirb dich jetzt. Ich gehe auch gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Ich zeige euch jetzt mal so ein paar Stellenanzeigen, die gar nicht funktionieren, vor allem auch nicht bei der Generation Z, ja. Und ganz viele sagen auch, dass die Generation Z faul ist, die wollen nicht arbeiten und so weiter und so fort. Bin ich jetzt nicht der Meinung. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr so sagt, aber ich möchte euch gerne vom Gegenteil überzeugen. Herzliche Grüße aus Prag. Wir sind hier total international, voll cool. Salzburg, Prag, Basel, Weiz, mega. Vielleicht sind ja noch ein paar aus Deutschland hier mit am Start, aus meiner Heimatstadt Berlin, fände ich auch voll cool. Die nächste, richtig lustig, also da musste ich mal kurz auflachen, ja, hat mir auch eine geschickt aus der Community, war auf Social Media geteilt, ja, unter einem, oder es war ausschließlich der Beitrag mit einem Foto. Wir suchen ab sofort neue, zuverlässige und erfahrene Fotografen. Gerne ab 15.11.2023. Wichtig, Erfahrung mit Beauty, Retouche, exklusive Porträtfotografie, gute Umgangsformen und Teamfähigkeit setzen wir voraus. Wir bieten Vollzeit oder Teilzeit bei guter Bezahlung gerne auch 40-plus-Bewerbungen an. Hier gehe ich jetzt ein bisschen näher drauf ein, weil das könnt ihr auch lesen. Und für die, die das dann später im Podcast hören, können sich dann auch noch mal was drunter vorstellen. Wir suchen ab sofort, ist ja schon so eine strenge Aufforderung und zeigt auch gleichzeitig, dass der Leidensdruck offensichtlich da ziemlich groß ist, aber noch nicht groß genug, weil sonst würden sie es anders machen. Aber man liest schon im ersten Satz, oh, da ist Mangel, die brauchen ganz, ganz dringend Leute, weil wahrscheinlich jetzt Weihnachtszeit, da machen ja alle Familienfotos und so weiter. Die Menschen, die vielleicht Interesse hätten, wären bei dem ersten Satz schon mal wieder weg. Ja, weil dieser Mangelzustand, dieses Wort suchen, das ist schon mal so das Erste, was du vermeiden darfst und solltest, zeigt schon mal den Mangel in der Organisation. Ja, also verwende auf keinen Fall das Wort suchen. Das darfst du dir jetzt hier schon mal merken. Wichtig, ja, ist auch wieder so eine Aufforderung. Wir fordern auf und tausend Ausrufezeichen hier in rot auch noch mal mit eingebracht. Also nichts Herzliches. Wir bieten Teil- und Vollzeit, ist ja schon mal ganz okay. Ja, Umgangsvorn und Teamfähigkeit finde ich super, aber setzen wir voraus. Also diese Forderung die ganze Zeit ist überhaupt nicht ansprechend. Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da sehr viele drauf beworben haben. Ihr dürft auch sehr gerne hier eure Gedanken mit mir teilen oder Fragen stellen. Also bitte feel free. Die nächste Anzeige, das war auch ein, wie sagt man denn, also es ist kein Plakat, aber so eine Wand, ja, auf dem Gehweg irgendwie, so eine Werbewand von einem Shoppingcenter. Da stand nur drauf, wir suchen Sie, Ausrufezeichen. Dann, welche Positionen alle gesucht werden, männlich, weiblich, divers. und Bewerbungen jetzt unter diesem QR-Code. Was denkt denn sich die Person, die da vorbeigeht? Die denkt ganz bestimmt nicht, boah, voll cool, das klingt ja interessant. Ja, da gehe ich doch jetzt mal und an meine Handtasche, hole mein Handy raus und klicke mal auf diesen QR-Code. Wird keiner machen. Ich weiß nicht, wie viel Geld die bezahlen für solche Geschichten. Das war so drei Meter mal irgendwas. Riesig. Es gibt aber immer noch Firmen, die einfach zu viel Geld für solche Geschichten haben, anstatt mal an die Ursache zu gehen und wirklich was zu verändern. Ihr merkt, ich rede hier heute total in Jessica-Sprache. Ich rede hier frei raus, was ich denke, was ich fühle. Ja, ich nehme mir einfach kein Blatt vor den Mund und sage euch einfach meine Gedanken, was ihr dann damit macht. Ja, das ist ja immer so jeder seine Entscheidung. Ich sage immer, du musst mir nicht glauben, aber probier es einfach mal aus. Probier einfach mal neue Dinge aus. Und wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, dass ich selber mal 15 Jahre lang drei Gastronomiebetriebe in Berlin geführt habe zu Zeiten von Fachkräftemangel. Zu Zeiten, wo ich keine Menschen gefunden habe, die gerne freiwillig bei 30 Grad im Strandbad Wannsee arbeiten wollten, um zu schwitzen am Wochenende. Hatte keiner Lust drauf. Und ich habe auch Stellenanzeigen geschrieben, die so ähnlich aussahen. Ja, ich gebe es ja zu. Aber ich habe es dann mal anders gemacht, um Menschen anzuziehen. Und darüber habe ich dann auch ein Buch geschrieben. Ich zeige es nachher nochmal in die Kamera. Vielleicht kennt ihr es auch. Und wenn nicht, dann kauft es euch. Ich werde nachher nochmal was darüber erzählen, weil da schreibe ich auch über Recruiting und Stellenanzeigen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und der Mensch, der da vorbeiläuft, an diesem Schild, wir suchen, da wächst du einfach kein Interesse. Und der Mensch, der da vorbeigeht, fragt sich ja, okay, was habe ich denn davon? Manche fragen sich, was bedeutet denn D? Auch diese Menschen gibt es noch, die keine Ahnung haben mehr, was bedeutet das überhaupt? Und Quereinsteiger, Allrounder, fühlen sich ja überhaupt nicht angesprochen. Die nächste Anzeige oder Stellenanzeige, ich habe jetzt hier mal welche rausgeholt, die jetzt nicht im Internet zu finden sind, sondern auch wirklich auf der Straße. Und das finde ich noch viel, viel lustiger. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Kannst ja mal welche mir schicken, auch wenn du welche siehst. Vielleicht fallen dir jetzt auch sogar mehr auf, weil ich heute darüber spreche. Im Internet sind die ähnlich. Ja, also da sehen die ähnlich aus. Noch ein bisschen ausführlicher, was man alles mitbringen muss. Aber so im Großen und Ganzen trifft es das schon mal sehr gut. Und deswegen finde ich es noch lustiger, dass es solche Anzeigen, Plakate, Straßenaufsteller noch gibt. Hier steht nämlich drauf, auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Wir suchen Verkäuferinnen für unsere Fleisch, Wurst und Käsetheke. Vollzeit, Teilzeit, Minijob, Interesse. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Sehr amüsant. Generell finde ich es gar nicht so schlecht. Ja, es ist schon mal ein Ticken besser. Was die jetzt hier machen können, und ich gebe jetzt hier einfach mal so den spontanen Tipp, wenn die schon vor ihrem Geschäft so ein Schild stehen haben, ja, dann kann man ja raufschreiben, komm doch direkt rein und spreche mit uns direkt am Tresen. Ja, also direkt mit den Leuten in die Interaktion gehen. Warum werden die Menschen heute immer wieder aufgefordert, so einen Bewerbungsprozess zu durchlaufen? Und ich sage das jetzt hier nochmal mit Vorsicht, weil ich weiß, es gibt Branchen, da muss das so sein und das ist auch alles in Ordnung. Da sind auch andere Prozesse. Ja, in großen Konzernen sind auch andere Prozesse. Aber in den kleinen Betrieben, und ich spreche jetzt hier auch ganz bewusst diese kleinen Betriebe an, weil wenn die jetzt nichts verändern, dann werden die nicht mehr lange überleben. Das muss man mal ganz klar so sagen und ich bin auch nicht die Einzige, die das hier so sagt. Deswegen von Herzen, wirklich dicke Herzenempfehlung, macht es anders. Sprecht die Menschen direkt an und geht mit den Leuten direkt in Interaktion. Ich zeige nachher auch nochmal eine Anzeige von einer, auch witzigerweise, einer Fleischerei, die es tatsächlich noch besser macht. Dann wieder habe ich ein Foto geschickt bekommen. Koch, Köchin, Küchenhilfe, Kellner, Spielleiter, soll wahrscheinlich Spülleiter heißen oder Spielleiter, vielleicht ist es auf dem Spiel, ist auch egal, Reinigungskraft. Das Ding ist ja, wenn ihr so viele freie Stellen auf ein Plakat schreibt, dann denkt sich ja der Mensch, der vorbeigeht, da sind ja ganz viele Stellen frei. Wenn ich da jetzt hingehe, dann muss ich vielleicht für drei arbeiten. Da ist ja total Stress. Wahrscheinlich sind die Mitarbeiter genervt. Das ist der Grund, warum ich bei meinem alten Job aufgehört habe. will ich auf gar keinen Fall. Läuft weiter. Ja, also diesen Zustand von Mangel spürt man einfach unfassbar stark offline und online. Ihr könnt ja mal gerne hier in die Kommentare mal hinterlassen, wie es euch geht. Fühlt ihr auch diesen Mangel oder merkt ihr wirklich, da sind Leute, die haben richtig Lust, die freuen sich auf neue Teammitglieder. Ich bin mal gespannt, was hier von euch gleich kommt. Oder auch gerne fragen. Das heißt, die einzige Frage, die sich ein potenzieller Kandidat, der bei dir am Schaufenster vorbeiläuft, der deine Anzeige sieht auf Social Media, der deine Anzeige sieht in einem Jobportal, die deine Anzeige sieht auf der Webseite, stellt sich ja nur die eine Frage, was habe ich denn davon, bei dir zu arbeiten? Und wenn das nicht klar ist und ich mich überhaupt nicht angesprochen fühle, ist die Person schneller weg, als du überhaupt deine Anzeige auf Posten drückst. Ja, die ist schon weg, bevor sie die überhaupt gesehen hat. Und diese eine Person, du musst dir vorstellen, diese eine Person steht am, ich bin zwar in Salzburg, aber wir gehen mal kurz nach Hamburg. Bisher hat noch keiner aus Hamburg geschrieben, vielleicht ist ja jemand aus Hamburg dabei. Hamburger Hafen kennt hier bestimmt jeder. Und du, dieser Kandidat, du bist jetzt mal angenommen, dieser Kandidat am Hamburger Hafen, du stehst dort, ja, und siehst hundert verschiedene Schiffe. Da ist ein Katamaran dabei, da ist ein Speedboot dabei, ein Dampfer, ein Frachterschiff, weiß der Henker, ja, eine Yacht vielleicht, ein Tretboot, ein Schlauchboot, keine Ahnung, okay? Da sind unterschiedlichste Schiffe. Und du als Kandidat siehst diese unterschiedlichen Rahmen, ja, wie hier im Fanmodell erklärt, F-A-N, ja, da geht es um Frame Attitude Navigation. Frame ist der Rahmen. Employer Branding ist das, was wir im Außen sehen. Und du stellst dir die Frage, was habe ich denn davon, da mitzufahren? Ja, in dieser Stellenanzeige. Was habe ich davon, da mitzufahren? Wenn wir nochmal hier zurückgehen. Oder hier. Warum soll ich mich bewerben? Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Ja, ist ja toll, dass du dich freust. Aber warum soll ich mich bewerben? Auch wenn ich kein Fleisch esse, hätte ich einen Grund, zu euch zu kommen. Als Beispiel. Und der Rahmen ist nicht immer entscheidend. Ja, natürlich wollen wir schauen, okay, die einen fühlen sich bei einer Yacht mehr angesprochen, die anderen bei einem Katamaran mehr angesprochen. Also Rahmen ist schon mal ganz cool oder nicht, aber es ist nicht entscheidend. Was entscheidend ist, ist Employer Reputation, die Attitude, die Werte, das Herzstück, was da gelebt wird, diesen Spirit, ja, der Spirit mit Freude nach draußen, der gelebt wird oder eben nicht. Und das ist entscheidend, das dürfen die Menschen einfach auch schon mal merken, in der Kommunikation. Auch das Fan-Modell findest du, by the way, in meinem Buch. Ich halte es noch mal in die Kamera. Ich weiß gar nicht, wie man das hier umstellt eigentlich. Spannend. Ah, so ist eigentlich auch ganz cool. So ist ja viel besser. Ja, so lassen wir das jetzt mal. Ja, das Buch noch mal in die Kamera hier für euch. Ja, da steht es auch noch mal ausführlicher drin. Was habe ich davon bei dir zu arbeiten? Was ist das Herzstück? Was sind die Werte? Ja, wofür stehst du? Andrea hat heute geschrieben unter meinem Post, dass sie sich fragt, ob es Stellenanzeigen gibt oder sind Stellenanzeigen überhaupt noch in? Jein, würde ich jetzt mal sagen. Ja, könnt ihr auch hier gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was glaubst du, sind Stellenanzeigen überhaupt noch in oder gehen wir weg von Stellenanzeigen? Ich persönlich finde ja, aber da gehe ich auch gleich noch mal drauf ein, dass das Video auch sehr, sehr stark wird aktuell. Aber trotz alledem gibt es immer noch Menschen, die das lesen. Und die Andrea fand ich übrigens sehr, sehr cool. Die schreibt einfach, wir sind mit Google per Du und Du. Bring Motivation und Interesse an Online mit. Den Rest bringen wir dir schon irgendwie bei. Unsere Teams in Salzburg, Bienen und Villach freuen sich auf dich. Damit scheint alles gesagt zu sein und klappt. Also sie hat dann zum Schluss zu mir gesagt, damit scheint alles gesagt zu sein. Und ich finde es halt cool, es ist kurz und knapp. Wir sind per Du, ja, motivierend. Ich habe das Gefühl, als Quereinsteiger auch, ah, da ist jemand, der zeigt mir das. Und wenn da jemand ist, Generation Z beispielsweise, die gerne auch mit so neuen Technologien arbeiten, die mit Medien arbeiten, die denken sich ja voll cool, will ich lernen. Aber auch die Älteren, die jetzt vielleicht sagen, also irgendwie die letzten Jahre, habe ich das so ein bisschen verpasst, auf diesen Zug aufzuspringen und denken sich vielleicht, ja okay, mit 50 oder älter habe ich jetzt keine Chance mehr, schon gar nicht, in so einer Agentur. Hey, wie cool ist denn das? Ich brauche nur Motivation mitbringen. Da ist ein Team, die freuen sich und zeigen mir alles, wie es geht. Und das sind in meiner Welt Machtkräfte. Das sind die tatkräftigen Führungskräfte, die aus anderen Menschen etwas machen, die wollen. Wo es mehr um das Wollen geht, anstatt um das Können. Und das ist auch nochmal so ein liebevoller Appell an diejenigen, die die Bewerbungen bekommen und indirekt schon mal so ein bisschen aussortieren, anhand eines Lebenslaufes beispielsweise, bringt denn die Person fachliche Qualifikationen mit? Und wenn nicht, dann werden die immer ganz schnell aussortiert. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade, dass das so gehandhabt wird, auch bei dieser Fleischerei. Ja, schick mir da eine Bewerbung. Wenn die im Lebenslauf sehen, dass da irgendwie fachlich was nicht passt, wird vielleicht die Person gar nicht eingestellt. Obwohl diese Quereinsteigerin auch eine richtige Granate im Verkauf sein kann. Und wenn sie es noch nicht ist, kannst du es ihr zeigen. Ja, die Quereinsteiger sind die Rohdiamanten. Und das ist deine Zukunft. Steht auch in meinem Buch übrigens. Ja, also es ist echt so ein Herzensthema. Ja, hier so zum Ende des Jahres da nochmal reinzuschauen. Da gibt es so viele Dinge, die du für dich, je nachdem, wo du stehst, mitnehmen kannst, um sie zu verändern. Weil Menschen sind da. Die sind ja nicht verschwunden vom Planeten. Sie sind ja alle da. Die wollen auch arbeiten. Nur die Interessen haben sich verschoben, weil sie auch gemerkt haben in den letzten Jahren, oh, da gibt es noch was anderes für mich außer Arbeiten. Generation Z, wo manche glauben, die sind faul. Die sind nicht faul. Die haben nur gelernt, auf sich zu schauen und herauszufinden, was will ich denn wirklich? Was macht mich glücklich? Geld ist wichtig, macht mich aber nicht unbedingt glücklich. Ich will meine Freiheit genießen. Und die haben gelernt, Nein zu sagen. Die wissen, Nein ist ein ganzer Satz. Und die stehen einfach zu ihrer Meinung. Finde ich persönlich cool. Lässt sich darüber diskutieren. Bist du auch herzlich willkommen am 29.11. um 17 Uhr in meinem Zoom-Raum. Link packe ich hier nachher übrigens auch nochmal rein. So, das mache ich jetzt mal wieder größer, weil das hier ist jetzt eine Stellenanzeige, die ich gefunden habe und witzigerweise auch eine Metzgerei. Ich kenne die nicht. Ja, das ist so Zufall. Wenn hier jemand dabei ist, der die kennt aus Freising, das ist ja gar nicht so weit weg, glaube ich, von mir hier in Bayern, finde ich auf jeden Fall schon mal ganz cool. Es ist ansprechend da. Schreib doch mal gerne in die Kommentare, was du denkst über diese Stellenanzeige, wenn hier noch Leute am Start sind, heute am Freitag. Ich trinke mal einen Schluck. Natürlich im roten Becher und der Hut. Den Loop schließe ich gleich noch zum Schluss, was es mit dem Hut auf sich hat und warum das Rot. Gerne und bis zum Schluss dranbleiben. Also, die Stellenanzeige. Du willst mit coolen Säunen abhängen? Fragezeichen. Finde ich irgendwie cool. Es ist mal was anderes. Die trauen sich was. Es passt natürlich auch zur Fleischerei. Es ist ein bisschen provokant. Es können auch manche falsch verstehen. Manche könnten das auch nicht so cool finden. Und es gibt bestimmt auch Menschen, die sagen, boah, das ist ein bisschen drüber. Aber ich persönlich würde mich jetzt zwar nicht angesprochen fühlen, ja, aber ich finde es trotzdem richtig cool. Und wenn ich jetzt einen Job suchen würde, ganz, ganz dringend, und ich mir denke, hey, ich will mal irgendwas Neues ausprobieren, was völlig Abgefahrenes, was ich noch nie gemacht habe, würde ich es vielleicht mir nochmal überlegen, dorthin zu gehen, mich da zu melden. Ja, weil sie auch in dem Bild die Generation Z ansprechen. Ja, es ist einfach cool. Es ist nicht dieses Steife im weißen Kittel. Auch wenn sie, die wird nicht so arbeiten, ist auch klar. Die wird natürlich auch anders arbeiten. Aber es ist auf jeden Fall schon mal viel, viel ansprechender. Jetzt ist halt wieder hier die Hürde, Bewerbungsunterlagen per E-Mail schicken. Macht's den doch so einfach wie möglich. Ja, wer macht sich denn heute noch gerne die Mühe und schickt so einen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben per E-Mail? Ja, schreibt doch dahin, hier ist unser WhatsApp-QR-Code, schreibt uns doch einfach mal eine Nachricht oder schickt uns eine Sprachnachricht. Unkompliziert. Es kostet Zeit, ich weiß, und es kostet euch vielleicht auch Nerven. Aber kostet es wirklich so viel mehr Zeit und so viel mehr Nerven als die, die ihr jetzt auch schon habt? Das darf sich jeder einfach mal so fragen, finde ich persönlich. Einfach mal neue Wege zu gehen. Wenn es nicht WhatsApp ist, ist es vielleicht etwas anderes. Du kannst genau so einen Brand Straßenaufsteller, gebrandeten Straßenaufsteller vor dieses Geschäft stellen. Hey, komm doch einfach mal rein. Willst du mit coolen Säulen abhängen? Dann komm doch mal rein. Und dann gehst du mal in Interaktion mit den Menschen, weil der Kandidat, die Kandidatin, ja, du erinnerst dich an den Hamburger Hafen, dich interessiert doch, wer arbeitet denn dort an Bord? Ja, wenn wir wieder zum Fanmodell nochmal zurückgehen, Navigation, wir wollen ja auch wissen, wo geht denn die ganze Reise hin? Was ist denn unser Ziel? Was ist unsere Vision des Ganzen? Ja, und wenn ich von Hamburg nach New York fahre, beispielsweise mit dir, dann möchte doch der Kandidat, die Kandidatin wissen, okay, wo geht denn überhaupt die ganze Reise hin? Und welche Menschen arbeiten denn da an Bord? Wie ticken die? Kann ich mich mit den Menschen identifizieren? Jetzt stell dir doch mal vor, du bist vielleicht, ähm, und ich meine das jetzt total wertneutral, ja, du bist vielleicht 60 und siehst es und denkst dir, ja, passt überhaupt nicht zu mir, ich will nicht mit coolen Säulen abhängen, ja, es passt gar nicht zu mir. Dann gibt es aber auch 60-Jährige, die anders ticken, denken, boah, voll cool, die sind irgendwie jung geblieben, so bleibe ich auch jung, schaue ich mir mal an. Ja, also es ist ja für jeden Gott sei Dank immer etwas dabei, nur das Problem ist, dass die Stellenanzeigen alle gleich aussehen, alle gleich kommunizieren, wir suchen, oder wir stellen ein, Servicekräfte, bla, 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 es ist halt immer dieses gleiche, blabarabar, ja, wo ich mich immer frage, haben die alle den gleichen Kurs besucht, weil die Stellenanzeigen einfach alle gleich aussehen. Das heißt, mach es doch mal anders, so wie die hier auf dem Plakat oder du nimmst das Handy in die Hand und sprichst einfach mal rein. Kannst dich ja auch mal so kleiden, hey, du willst mit coolen Säulen abhängen, hast du Lust, mit uns einen coolen Austausch zu haben, ja, komm doch einfach mal rein. Wir laden dich ein auf, was auch immer ihr da gerade habt, ein Leberkäsbrötchen oder ein Kaffee oder weiß ich was, ja, was ihr, was halt auch zu eurem Konzept passt, ja, wofür ihr selber brennt, ja, sag den Menschen, hey, komm zu uns und probier es doch mal. Was du da auch machen kannst, das habe ich immer gemacht übrigens, in meiner Gastrozeit habe ich einfach mehrere zur gleichen Zeit eingeladen, weil es gibt ja immer so ein paar Prozente, die einfach gar nicht kommen, ja, die gibt es auch und hast du vielleicht auch schon mal erlebt, dass dann du echt genervt bist, machst einen Termin und dann kommt der Bewerber, die Bewerberin nicht. Also was habe ich dann gemacht? Habe überlegt, wie kann ich es anders machen? Ich habe die dann eingeladen, ja, zum gemeinsamen Kaffee trinken und bin dann mit denen in den Austausch gegangen. Es war echt cool. Und warum ist das cool? Weil du da schon eine Bindung herstellst zu den Menschen, ja, du bist erstens selber nahbar, du zeigst damit schon mal dieses Wir-Gefühl, ja, du zeigst denen, die kommen, du bist nicht in der Bewertungsschublade, ja, du kannst ja danach, wenn du das brauchst bei dir, dass es ganz fachlich sein muss und so weiter und so fort, kannst du ja dann immer noch mal ein zweites Gespräch machen, wo du tiefer reingehst, ja, aber dieses Kennenlernen und zu fühlen, ist da jetzt ein Spirit dahinter, auch bei den Kandidaten und die Kandidaten können aber gleichzeitig genauso prüfen, ob du überhaupt diesen Spirit verbreitest, ja, oder wie du gesehen hast beim Eingangsbild, bist du eher das Teelicht, ja, oder die Flamme, gehst du, brennst du oder bist du ausgebrannt? Welchen Spirit verbreitest du? Mit welchem Spirit gehst du in so ein Gespräch rein? Mit voller Power, Motivation, voller Freude, hey, ich habe Lust auf die neuen Menschen, die da jetzt kommen, voll cool, oder bist du eher so, hoffentlich kommt jetzt überhaupt jemand, weil eigentlich laufe ich hier schon auf dem Zahnfleisch und ich bin hier kurz vorm Umfallen und wenn da jetzt keiner dabei ist, wie soll ich jetzt überhaupt die ganze Weihnachtszeit überleben und so weiter und so fort, fragen sich ja einige, berechtigterweise. Also mach's einfach anders. Und wie gesagt, so, am 29.11. findet der Q&A-Call hierzu auch statt, ja, das heißt, entweder, ich gebe dir jetzt mal zwei Möglichkeiten, entweder schickst du mir mal deine aktuelle Stellenanzeige per E-Mail an info at jessica-lackner.com oder hier auf LinkedIn, einfach via Direktnachricht und ich gebe dir einfach ein ganz offenes, ehrliches Feedback, was du anders machen kannst, besser machen kannst, ja, wirklich von Herzen gerne. oder du kommst halt einfach am 29.11. in den Zoom, den stelle ich hier auch gleich nochmal drunter, findest du dann später, also in die Kommentare nochmal später rein und findest du auf jeden Fall auch nachher noch in meinem Linktree, da kannst du nämlich deine Stellenanzeige mitbringen, Fragen stellen, du kannst jetzt im Nachgang nochmal das sacken lassen, vielleicht kommen Fragen hoch und dann kommst du einfach ganz unkompliziert in den Zoom-Raum rein, ja, und stellst die Fragen, entweder machst du dich laut oder machst es in die Kommentare und es wird nicht aufgenommen, ja, für die die Frage kommt auch immer, nein, es wird nicht aufgenommen, du wirst nirgends zu sehen sein, das ist nur für dich, von mir, von Herzen, damit du und ihr wirklich mal was verändern könnt in euren Stellenanzeigen und ich habe mir überlegt, dann auch nochmal, wenn ihr wollt und je nachdem, wie viel Feedback hier von euch auch kommt, es wird ein Teil 2 geben, ja, wo ich dann nochmal ein bisschen individueller reingehe, ja, auf die Punkte reingehe von den Fragen, die hier auch in dem Q&A-Call dann gekommen sind. Ich teile mit euch nochmal was aus meinem Buch ganz kurz zum Thema Recruiting und Stellenanzeigen und wenn ihr in der Zeit Fragen habt, dann stellt die hier gerne mal in die Kommentare. Aber ich erzähle euch gleich nochmal eine Geschichte, die fällt mir gerade ein, bevor ich jetzt hier blätter und schaue. Genau, jetzt schreibt hier gerade einer, das würde ich nochmal kurz beantworten. Hast du dich jemals gefragt, ob du die perfekte Kandidatin oder der perfekte Kandidat für einen Job bist, den du nicht verstehst? Nun, heute ist dein Glückstag, wir haben eine Stellenausschreibung gefunden, die so vage und anspruchsvoll ist, dass selbst Experten nicht wissen, wofür sie sich bewerben. Ah ja, sehr cool. Habe ich wieder eine neue Stellenanzeige in meinem Postfach. I like a lot, mega, mega cool. So soll es sein. Ich werde hier, glaube ich, nochmal öfter so einen Talk dazu machen. Vielleicht auch, das Doofe ist ja bei den Lives hier, muss ich ja sagen, dass ich euch ja so gar nicht sehen kann. Deswegen ist es bei Zoom dann manchmal ganz cool, weil da könnt ihr direkt in Interaktion kommen mit mir. Deswegen von Herzen, wenn ihr Zeit habt, komm gerne am 29.11. von 17 bis 18 Uhr in meinen Zoom-Raum und da teile ich dann nochmal ein paar mehr solcher Stellenanzeigen und vor allem auch Bewerber anschreiben beziehungsweise die Antworten von den Firmen sind ja spannend, weil ich, ich habe auch eine gesehen, ich glaube, die hatte der andere mir geschickt, vielleicht hast du das jetzt hier auch gerade geschrieben, I don't know, vielleicht schaust du gerade vorbei, zu, der mir geschickt hatte, dass eine Organisation ihn eingeladen hatte für ein Vorstellungsgespräch, aber total unpersönlich, ohne wir freuen uns, also nur so sehr geehrter Herr, mhm, 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 ihr Termin ist am, weiß ich, ja, Mittwoch 29.11. um 17 Uhr. Viele Grüße, Geschäftsführerin XY. Der Kandidat, also dann der André da in dem Fall, er hat total nett zurückgeschrieben, vielen Dank, ich freue mich schon und so weiter und so fort und ja, richtig und ich fand's herrlich, aber das wollte ich jetzt hier heute nicht teilen, das mache ich dann in dem Q&A-Call nochmal, weil da gehen wir nochmal ein bisschen tiefer rein. Ich finde es nur immer sehr, sehr schade, weil ich mir denke, wenn die Firmen schon so reagieren, ja, dass das nicht herzlich ist, dass der Kandidat, der sich Mühe macht, eine Stellen, eine Bewerbung, mir fehlen gerade die richtigen Worte, der sich die Mühe macht, einen Lebenslauf zu schreiben, eine, ein Bewerbungsanschreiben zu machen, vielleicht mit Foto und so weiter und so fort, das kostet ja auch Zeit und dann kriegst du zurück nur so einen Satz, ja, Herr so und so, ihr Termin ist am. Dann gibt es natürlich einige, die da einfach nicht hingehen und ich kann sie verstehen. Ich verstehe es total. Und um diese Frage hier nochmal zu beantworten, ob ich diese Frage mir schon mal gestellt habe, ja, ob ich überhaupt die perfekte Kandidatin bin für einen Job, den ich nicht verstehe, ja klar, hatte ich auch schon mal, ja, es gab auch schon Jobs, die ich nicht verstanden habe. Es gibt auch immer wieder Tätigkeiten, die ich mache, die ich nicht verstehe, ja, wo ich einfach denke so, hä, und das ist richtig anstrengend und da brauchen wir Machtkräfte in den Organisationen, die das erkennen, ja, dass du irgendetwas hier gerade nicht verstehst, ja, wo du denkst, ich verstehe hier gerade nur Bahnhof, da brauchen wir einfach Machtkräfte, die empathisch auch sind, auf die Kandidaten zu gehen und wenn es ein Buddy ist, ja, für die neuen Kandidaten, wäre das ja auch schon mal ganz cool, ja, dass die Menschen nicht alleine gelassen werden. Auch nochmal so ein Fehler, dass Menschen immer wieder alleine gelassen werden. Kannst du auch reinschreiben in deine Stellenanzeige. Du wirst nicht alleine gelassen, ja, es ist ein Buddy an deiner Seite, der dich begleitet oder die dich begleitet. Schreib das doch rein, je nachdem, wie viel Platz du hast. Aber es gibt so viele Menschen, mit denen ich immer wieder im Austausch bin, die mir sagen, ja, ich komme irgendwo hin und werde dann sofort alleine gelassen. Wie fühlt sich denn so ein Kandidat? Ja, für den oder die ist ja alles neu am Anfang. Die sind ja in der völligen Überforderung. Die wissen ja gar nicht, wo sind die Produkte, was haben wir für Produkte, wie funktioniert das, wie ist die Kommunikation mit den Kunden, wie ist der Ablauf intern, wie sind die Prozesse intern, wo steht was, wo finde ich was, wie sind hier die Regeln, wie werden hier alle angesprochen. Es sind ja schon tausend Sachen, ja, die im Kopf rumschwören und der eigene Anspruch, ich möchte natürlich auch gut sein, ja, weil ich will ja bleiben im besten Fall. Und dann triffst du da auf Leute, wo ich mir immer denke, also ganz ehrlich, in vielen HR-Bereichen ist es super, ja, die geben sich so viel Mühe, das HR-Team, dass die den Spirit verbreiten und dann wird der Kandidat ins Unternehmen gedroppt und alleine gelassen oder trifft dann auf so eine Führungskraft, die überhaupt nicht die Werte vertritt, die nicht mal weiß, was ist denn hier eigentlich unsere Vision, wofür stehen wir denn eigentlich. Die ego-getriebenen Führungskräfte, die sich selber was beweisen wollen, die viel Druck von oben haben und diesen Druck weitergeben an die anderen. Ist nicht überall so, aber sehr, sehr viel. Und ein Grund, warum viele über Arbeitskräftemangel klagen, weil es immer an den Führungskräften scheitert. Und deswegen ist der Leidensdruck einfach noch nicht groß genug, weil einige da nicht umdenken. So, und dann bricht natürlich irgendwann der Umsatz ein, ist auch klar, das passiert dann, dann werden Stellen wieder abgebaut, wo ich mir immer denke, ja, finde den Fehler, ja. Und deswegen, mach es einfach anders. Du musst mir nicht glauben, was ich dir hier erzähle, aber probier wenigstens mal eine Sache aus. Eine einzige Sache. Probier sie aus und schau mal, was für dich vielleicht danach anders ist. Und frag auch mal dein Team, ja. Also Herzenseinladung hier auch nochmal ein Team-Meeting draus zu machen, die Menschen mit einzubeziehen, weil die haben so viele kreative Ideen, um zu fragen, hey, wie können wir denn eine Stellenanzeige mal anders machen, damit so etwas entsteht, wie bei der Fleischerei zum Beispiel. oder nochmal eine Erfolgsgeschichte hier auch von Matthias, mit dem ich zusammenarbeite, ja, der hatte, der kommt auch bald in meinen Podcast und mit dem mache ich hier auch nochmal ein Insta live, Matthias Ebbinghaus, vielleicht schaust du gerade zu, dann schreib mal hier rein, würde ich mich voll freuen. Der kam zu mir, als sein Leidensdruck echt groß war und der gesagt hat, Jesse, ich finde einfach keine Leute, hat ein Restaurant, was auch sehr gut läuft, aber er hat keine Zeit für die Familie, er hat keine Zeit für sich, er hat überhaupt gar keine Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern und was soll ich jetzt machen? Und was haben wir gemacht? Ja, die Stellenanzeigen ist das eine, aber all das, was ich dir hier heute erzählt habe, schaust dir nochmal an, kannst du auch im Videoformat machen, weil es ist ja nur entscheidend, dass dein Kandidat weiß, was hat er denn davon, zu dir zu kommen und was will der wissen von dir? Wie tickst du? Wie fühlst du? Wie handelst du? Ja, Wie tickst du? Wie fühlst du? Wie handelst du? Wie bist du als Person? Wie redest du? Und bist du auch so im Unternehmen oder verkaufst du dich einfach nur perfekt? Videos, die perfekt gedreht werden, ja, von irgendwelchen Amateuren, wo nicht mal das Team mit dabei ist, funktioniert einfach nicht, weil der Kandidat checkt das mittlerweile, dass das nicht gelebt wird, intern, die sind schneller wieder weg, als du denken kannst. Und wisst ihr, was das Schlimme noch an der Sache ist? Dass die Kandidaten, die das erleben, draußen weiter erzählen, was sie erlebt haben. Das heißt, das sind ja eure negativen Markenbotschafter. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Denn wir wollen ja Menschen haben, die nach draußen gehen und erzählen, wie cool es ist, bei dir zu arbeiten. Jetzt suche ich hier nur gerade mal ganz kurz die Seite. Also auf Seite 55 in meinem Buch ging es ums Thema Recruiting. Und das habe ich übrigens veröffentlicht im April 2021. Und ich habe in diesem Buch einfach nur alles reingeschrieben, was für mich 15 Jahre lang nicht funktioniert hat und was richtig gut funktioniert hat. Das heißt, hier drin steht, wie du Mitarbeiter vergraulst, wie du sie verjagst, was du tun musst, damit sich keiner bewirbt. Das steht da auch drin. Und hier steht aber auch drin, was kannst du jetzt machen, damit sich Menschen bewerben. Okay. Und da stehen auch Feedback-Zeilen drin. Dieses Buch wird übrigens nochmal abgegradet, wollte ich sagen. Ja, aber das wird dann nochmal überarbeitet. Ist aber noch nicht ganz offiziell, kann ich noch nicht so viel sagen. Also. Eine Feedback war zum Beispiel, dass einer geschrieben hatte und ich habe eine sehr, sehr lange Stellenanzeige geschickt. Wenn ihr möchtet, schreibt mir gerne eine DM hier auf LinkedIn, dann schicke ich euch die. Ich lese die jetzt nicht vor, weil die ist ein bisschen länger. Aber auf diese Stellenanzeige habe ich sehr, sehr viel gutes Feedback bekommen. Zum Beispiel, ihre Stellenanzeige lädt dazu ein, bis zum Ende zu lesen. Ich habe mich sofort angesprochen gefühlt. Solch eine menschliche und aus dem Herzen geschriebene Anzeige habe ich noch nie gesehen. Dann gibt es noch ein weiteres Feedback. Von dieser Anzeige können sich einige Betriebe eine Scheibe abschneiden. Endlich mal jemand, der schreibt, was man bekommt und nicht nur, was man mitbringen soll und was die Voraussetzungen wären. Ich bin schon beim Lesen begeistert und würde mich über ein persönliches Gespräch freuen. Und das ist wirklich Realität. Also solche Nachrichten habe ich immer wieder bekommen und habe aber zu der Zeit noch nicht gecheckt, dass es auf dem Markt ja so ist, bei allen so ist, dass es sich so durchzieht bis 2023. Ich bin ja immer so gutgläubisch und denke mir, ja, die werden das schon mal, die werden schon mal aufwachen, die Menschen. Die werden schon mal umdenken, weil es gibt ja so viele Experten, gerade hier auf LinkedIn, ja, die, die dir erzählen, wie Recruiting funktioniert. Ja, Menschen, die dir zeigen, wie du Mitarbeiter binden kannst. Es gibt so viele Experten. Das Problem aber ist, dass die Menschen, dass die Führungskräfte, die Firmen einfach nicht umsetzen. Nichts. Der Leidensdruck ist noch nicht groß genug. Die holen sich lieber eine Agentur, ohne die jetzt zu bewerten. Kümmern sich aber nicht selber darum, gemeinsam mit dem Team, mit dem eigenen Team, was können wir jetzt anders und besser machen. Holen wir uns lieber eine Agentur, geben wir denen noch Geld in der Hoffnung, dass dann mal jemand kommt. Könnt ihr alles machen. Aber ich denke mir immer, wenn ihr das noch machen könnt, dann ist der Leidensdruck nicht groß genug. Dann habt ihr alle noch genug Geld übrig, das zu tun. Und der Matthias, um den Loop hier nochmal zu schließen, der hat dann Reels aufgenommen. Ja, der war mutig und hat einfach mal drauf losgesprochen. Hat es vorher noch nie gemacht. Hat es ausprobiert. Ist besser geworden. Hat den Spirit geteilt. Was er denkt. Ja, über seine Vision gesprochen. Über sein Restaurant gesprochen. Wie die Arbeitsatmosphäre ist. Was er für eine Einstellung hat. Ja, was er mal für ein Chef war. Wie er heute nicht mehr ist. Ja, der auch mal ein Chef war, der nur geschrien hat. Heute aber wertschätzend ist, weil er erkannt hat, dass auch Quereinsteiger einfach mega cool drauf sind. Und was ist passiert? Und wenn ihr mir nicht glaubt, schreibt den Matthias Ebbinghaus einfach selber an. Ja, der ist hier auch auf LinkedIn. Der hat dann innerhalb von 14 Tagen sieben Bewerbungen bekommen. Und wo hat er die bekommen? Direkt auf Social Media. Zum Teil. Der einfache Weg. Aber wie viele glauben, nein, du musst eine E-Mail schreiben. In welchem Zeitalter leben wir denn? Mach es doch so einfach wie möglich. Über WhatsApp, easy peasy. Über Social Media, easy peasy. Warum denn nicht? Wir sind doch sowieso alle den ganzen Tag auf Social Media unterwegs. Und wie viel Zeit davon verschwendest du, wenn du mal ganz ehrlich bist, um rumzuscrollen, um zu schauen, was andere machen? Ja, bist dann irgendwie benebelt von diesen ganzen Informationen. Und wie viel von dieser Zeit bist du wirklich aktiv in der Umsetzung, machst Videos, machst vielleicht einen Post, ja, wo die Menschen sehen können, ah, voll cool, da sind diese Menschen, die arbeiten so und so, die haben den Spirit, das ist die Vision oder mal ein Video. Und da geht einfach mal eine Kommunikation zwischen dieser Community. Baut mal eine Community auf. Das ist der Weg. Genau, das MLM, Multi-Level-Marketing heißt das wahrscheinlich. Die Bewerber erzählen es, jemand, der es jemandem weitererzählt, der wiederum jemanden kennt, genau. Und bumms, haben 80 bis 100 Leute eine negative Meinung über die Firma X, die sich summiert. Ja, genau so ist es. Die Menschen, nochmal kurz zu Social Media, ja, die letzten Minuten hier, also wenn Fragen sind, fragt gerne, ansonsten wirklich von Herzen, ich freue mich voll, wenn hier welche reinkommen in den Zoom-Call. Die Menschen, die aktuell unglücklich sind in den Betrieben und ich habe Kunden, ja, ich habe eine, die ich auch betreue mit ihrer Firma, wo wir gerade aufbauen, dass die Fluktuation sich verändert, besser wird, also weniger wird und dass die Menschen glücklicher werden. Wir haben eine Umfrage gemacht, bei 1000 Mitarbeitern sind 47% unglücklich. 51 sind nur einigermaßen zufrieden. Das heißt, 47% von 1000, ja, sind unglücklich. Jetzt gehen diese unglücklichen Menschen nach Hause. Unglücklich, genervt, traurig, alles ist schlimm, alles tut weh, vielleicht sind sie auch krank, Kopfschmerzen, keine Ahnung was. Dann gehen die auf eine private Feier, treffen sich mit Freunden zum Essen, gehen zum Friseur, tauschen sich mit anderen Menschen aus. Was glaubst du, was erzählt diese unglückliche Person den anderen Menschen? Bei uns ist es ja so schlimm und mir geht es so schlecht und so weiter und so fort. Und jetzt kommst du ins Spiel. Wenn du das jetzt anders machst und du auch noch wirklich zu 100% lebst, was du da schreibst in deinen Stellenanzeigen, also bitte schreibt nur die Wahrheit, wie es wirklich ist. Schmückt euch nicht mit irgendwelchen tollen Floskeln, die in der Realität aber nicht stimmen. Schreibt da bitte nur rein, was wirklich stimmt. Wenn es noch nicht stimmt, dann lass es weg. Weniger ist mehr an der Stelle, ja. Weil diese eine Person, die dann auf die Unglücklichen trifft und im besten Fall ist diese glückliche Person von dir, die geht dann auf diese Feier und erzählt, hey, bei uns ist es aber total anders. Bei uns ist es voll cool, wir haben Spaß, wir sind ein bisschen verrückt, ja, wir sind wie so eine Familie, wir helfen uns gegenseitig, wenn du mal nichts weißt, ist immer sofort jemand da, der dich unterstützt, dir wird alles gezeigt, du kannst dich weiterentwickeln, auch wie Andrea geschrieben hat vorhin, wenn du das nicht weißt von Anfang an, ist ja egal, ja. Wir zeigen dir das schon und das leben wir auch und so ist es wirklich bei uns. Was passiert denn dann? Dann kündigen die anderen und wechseln. Sind es dann Fachkräfte? Nein, natürlich sind es keine Fachkräfte, ja, weil wenn jemand beispielsweise beim Friseur gearbeitet hat, ja, vorher, ist total unglücklich und stößt dann auf jemanden von der Andrea, ja, im IT-Bereich, ja, in der Agentur, die für SEO-Optimierung spezialisiert sind und so weiter und so fort und die Friseurin denkt sich, ja, ich habe davon aber gar keinen Plan, ich bin nur total unglücklich, ich will hier weg, dann ist sie Quereinsteigerin bei der Andrea in der Agentur. Ja, also findet den Fehler. Es geht nicht darum, dass wir zu wenig Fachkräfte haben, es geht darum, dass wir zu wenig Machtkräfte haben, die aus den Menschen etwas machen. Deswegen haben wir in meiner Welt einen Machtkräftemangel und ich wünsche mir von Herzen, dass ihr eine Sache hiervon mitnehmt, eine, ja, die ihr anders macht und wenn ihr euch unsicher seid, dann schickt mir doch gerne mal eure Ideen für eure Stellenanzeige, ob jetzt Print oder Video, ist mir egal, ich helfe euch von Herzen gerne und wenn ihr jemanden kennt, der da Herausforderungen hat, dann dürft ihr, darfst du dich auch, wie sagt man denn, mir ist es weitererzählen, vernetzen, ja, schickt dann gerne den Link weiter, also die dürfen sich das hier im Replay anschauen, es ist jetzt auf LinkedIn im Replay, es ist auf YouTube im Replay, kommt dann in meinen Podcast auch noch, das heißt, du kannst es auch nochmal anhören beim Spazierengehen und kurzer Werbeblock, jetzt nochmal zum Schluss, wenn du da tiefer, tiefer, tiefer reingehen möchtest und jetzt sagt, hey, also irgendwie, da stimmt ja ein bisschen was, ja, und vielleicht sollte ich mal alles nochmal überdenken, was ich bisher gemacht habe, vielleicht nicht alles, ja, viele Sachen wirst du sicherlich gut machen, nur wir sind immer in so einem Tunnelblick irgendwann und ich bin mir sicher, du hast auch schon einige Seminare besucht, die super waren, aber es scheitert einfach immer an der Umsetzung und ich möchte dich einfach in die Umsetzung bringen, dass du Mitarbeiter weiter auf eine magische Art und Weise anziehen kannst und dazu wird es im oder gibt es, ja, es sind ja schon Anmeldungen da, am 20. und 21. Januar in Salzburg zwei Tage phänomenal führen, ja, wie du Talente wirklich gewinnst, begeisterst und auch nachhaltig bindest, darum wird es gehen, zwei Tage lang, da geht es um deine Botschaft, um deine Vision, Social Media wird auch ein Thema davon sein, deine Stellenanzeigen natürlich auch, Link findest du in meiner Webseite, ich verlinke es dir auch nochmal hier oder du fragst mich einfach direkt auch von Herzen gerne und da gibt es bis zum 30.11. noch einen Early-Bird-Preis für 499 netto für beide Tage und ab Dezember dann 995 Euro netto, genau, alle weiteren Infos unter diesem Link. Ihr Lieben, habt ihr noch Fragen? Kommt hier jemand, der nochmal was teilen möchte von Herzen? Auch gerne. Multi-Level-Marketing, da funktioniert das Ganze natürlich auch, ja, ihr wollt ja auch, falls hier jemand dabei ist, aber es geht ja am Ende des Tages immer darum, Menschen anzuziehen, die richtigen Menschen für sich zu gewinnen, ja, wo das einfach, das Wertesystem passt, ja, was nicht kompatibel ist, ist nicht kompatibel. Es ist in deiner Ehe nicht kompatibel, aber auch bei den Mitarbeitern nicht. Ich sage immer, ein Obstkorb wird deine Ehe auch nicht retten, ja, wenn ihr irgendwann merkt, die Wege gehen auseinander, du hast andere Ziele als dein Partner, deine Partnerin hat vielleicht andere Werte plötzlich entdeckt, ja, die sie vielleicht vorher noch nicht so gelebt hat oder ihr stellt fest, ja, irgendwie die Werte habe ich ja noch nie gemocht, ich will eigentlich was ganz anderes in meinem Leben, dann kann man sich drehen und wenden, wie man will, dann brauchst du deinem Ehepartner nicht mit einem Obstkorb um die Ecke kommen, ja, sondern da darf man wirklich entweder eine Entscheidung treffen, sich zu trennen oder zu sagen, okay, wie können wir denn wieder auf einen Nenner kommen, dass wir uns verstehen und nichts anderes ist es mit deinen Mitarbeitern oder auch beim Network Marketing mit dem Team, was ihr aufbauen wollt. Es muss matchen, ja, und dann ist es easy, peasy. In dem Sinne, ihr wundervollen Machkräfte, abonniert meinen Newsletter, und freut euch auf jede Woche ganz viel Inspiration und Umsetzungstools, Umsetzungsschritte. Ich gebe euch hier auch noch mal die wichtigsten Giveaways von diesem Live heute in den Newsletter mit rein. Ich freue mich auf Nachrichten von euch persönlich und freue mich, euch am 29.11. dann in dem Q&A-Call Zoom zu treffen, zu sehen, eure Fragen zu beantworten und sage in diesem Sinne, mach es einfach, aber anders. eure Jessie. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, damit wir gemeinsam wachsen können und wie angekündigt, findest du alle Links in den Shownotes, ja, den Link zu meinem Seminar im Januar hier in Salzburg findest du in den Shownotes. bis zum 30.11. bekommst du noch den Early-Bird-Preis, also zögere nicht, mach es einfach, mach es anders, da gehen wir noch mal viel, viel tiefer rein und du wirst garantiert für dich die richtigen Schritte kennen, dass du sofort umsetzen kannst nach diesen zwei Tagen und auch wirst und nachhaltig dran bleibst. Und was wollte ich dir jetzt noch sagen? Der Link für die Q&A-Session für den Zoom, ja, findest du auch direkt hier oder auch im Link-Tree. Das heißt, du brauchst einfach raufklicken, auf Zoom reinkommen. Du kannst mir vorher gerne deine Stellenanzeigen schicken. Auch gerne mal per Mail. Jessie, gib mir Feedback. Was denkst du dazu? Also von Herzen. Gerne, gerne, gerne. Jetzt bin ich hier dazwischengekommen mit dieser Folge. Nächste Woche ist dann die Folge mit der Natalia Wichowski dran. Aber ich dachte, jetzt mache ich noch mal ganz kurz was zum Thema Stellenanzeigen, weil es einfach gerade an so vielen Ecken und Kanten offensichtlich brennt. Ja, also empfehle diese Folge weiter, teile sie mit deiner Community und ich freue mich auf dich. Viel Spaß und denk dran, mach es einfach, aber anders. Und dann kann ich mich noch mal ganz kurz Ja, ich weiß nicht, Und dann kann ich mich noch mal ganz kurz was ich noch mal ganz kurz Ansonsten, wenn ich mich noch mal ganz kurz vorliegen, Ich weiß nicht, Untertitelung des ZDF, 2020